Hallo, du hast bereits Erfahrung im Küchenverkauf und suchst aktuell einen neuen Job, der dich begeistert? Dann habe ich jetzt was für dich. Ich bin Frank Welteke, Geschäftsführer der Möbelhaus Welteke GmbH im Uppertal mit eigenem Küchenstudio und wir suchen aktuell Küchenfachberater, die bereits Erfahrung mit Küchenplanungsprogrammen haben. Wir bieten einen modernen Arbeitsplatz mit flachen Hierarchien in einem familiengeführten Unternehmen mit attraktiver Bezahlung von 30 Tagen Euro. Mein Name ist Peter Stopper, ich bin nun seit drei Jahren Küchenfachberater bei der Firma Welteke. Besonders gut gefällt mir an der Arbeit das familiäre Umfeld und der Zusammenhalt unter den Kollegen. Wenn auch du Teil unseres Teams werden möchtest, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung. Klicke hierzu einfach auf den Link und trage dich für ein Bewerbungsgespräch ein. Wir melden uns dann innerhalb der nächsten 48 Stunden bei dir. Bis bald! 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 Vielen Dank.